Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sehen uns hier heute mal wieder auf Timolia und zwar spielen wir ein Jump'n'Run. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Wir spielen zusammen Hobbit in Unexpected Journey. Und dann gucken wir einfach mal, was die Map so für uns bereithält. Are you a pro? Bist du gut? Etes vous bien? Bonn'Oise? Es ist eine Fluch der Karibik Map. Nee, eine Lord of the Rings Map. Oder eine Star Wars Map. Otherland Map. Harry Potter Map. Nein, eine Hobbit Map. Ui, das ist aber hübsch gemacht. Ui, das ist aber mies hier. Da ist nur so ein Block zwischen, den sieht man kaum. Nicht rüber wegfallen. Und jetzt aber nicht rüber weg. Sehr gut. Erstmal den Checkpoint. Und dann Kommt der Herr doch noch, Rabotti? Stand ich da etwa schon auf dem Dings drauf? Checkpoint. Oh je. Mir schwant. Übles, was Kopfstoßsprünge angeht. Hopp. Genau das meinte ich damit. Habe ich mal erwähnt, dass ich keine Kopfstoßsprünge mag. Und zwar genau deshalb, weil man sich immer den Kopf stößt da dran. Oh Wunder. Ist ja nun auch nicht so, als würden die das irgendwie aussagen, ne? So. Oh, es ist ein Kopfstoßsprung. Du stößt dir das Knie. Ups. Ach ja. Ich mag sowas. Besonders gern. Hilfe. Hopp. Und jetzt hier rum. Und da rum. Und da hoch. Und da und da. Uh, Secret. Es gibt drei. Ich habe noch mit Sicherheit schon eins verpasst. Oder zwei. Oder noch mehr. Sieht man da noch irgendwas? Ich habe nämlich tatsächlich leider überhaupt gar nicht drauf geachtet. Nö. Man sieht nix. Can't see anything. Äh. Okay. Da ist Party. Hey. Warum haust du nämlich da runter? Das war aber nicht der Deal. Nicht schlecht. Checkpoint. Aua. Fallschaden. Junkul. Und hier hoch. Habe ich erwähnt, dass ich Überecksprünge hasse? Ich hasse sie so sehr. Die Überecksprünge. Dann auch noch mit Teppich. Warum tut man mir das an? Wer hasst mich so? Okay. Okay. Jetzt haben wir immer dies. Und jetzt hier rüber. Und da. Und mir schwant übles. Gegen die Wand. Und Übereck. Und darüber. Und hier rein. Und Secret. Okay. Kriegen wir wieder Fallschaden? Natürlich. Bis auf ein halbes Herz. Bloß schnell den Checkpoint hier mit. Und. Yay. Backende Map. Weil Shader drin. Okay. Wir laufen über Brücken. Ähm. Hallo. Hätten wir hier irgendwo hochgemusst? Hier vielleicht? So? Da so? Hier so? Hier so? Da so? Hier ums Eck. Da ums Eck. Ein Schneemann. Spinnenweben. Ganz viele Spinnenweben. Muss ich denn lang? Muss ich an dir vorbeihüpfen? Ich sehe halt auch einfach mal gar nichts. Ich hätte auch schwimmen können. Der dritte Stern. Uh. Sonne. Huch. Da sind Löcher im Weg. Okay. Das kriegen wir hin. Unten angekommen. Wuhu. Yay. Und dann fallen wir einfach mal runter. Feuerschaden. Ich will doch nur an dir vorbei. Wie komme ich denn an dir vorbei? Guck mal da hinten. Da fliegt ne Kuh. Guck mal da hinten. Da fliegt ne Kuh. Danke. Danke. Weiter. Weiter. Wenn ich jetzt an Feuerschaden sterbe, bist du schuld. Ich weiß nämlich noch nicht mal, wo ich hin muss. Na toll. Der gleiche Trick nochmal. Geh weg, geh weg. Lass mich durch. Okay. Wo muss ich denn lang hier? Da ist ein Checkpoint. Brenne ich noch? Jetzt nicht mehr. Ich habe zwar nur noch ein Herz, aber da ist das Ziel. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Map. Deshalb so riesenlang wird das Video wahrscheinlich nicht gewesen sein. Irgendwie habe ich nur 10 Minuten Rohmaterial. Naja, mal gucken, was ich da so draus zaubere. Vielleicht lasse ich euch einfach ein paar Fails drin, damit ihr mir Herz aufklachen könnt. Wir sehen uns morgen zu irgendwas Videoartigem. Falls ich zu keinem Video komme, streamen wir morgen. Auf dem Wochenende kommt auch definitiv noch irgendwie was Streamartiges. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute noch weiterhin. Vielen Dank fürs Zugucken. Es ist nämlich jetzt schon verdammt spät. Eigentlich sollte dieses Video vor einer Minute online gehen. Sorry. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Tschüss. Eure Nico.